Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale. Heute mal im Duo Modus unterwegs mit dem lieben Pinky und ja die Runde war einfach nur anders wie Apo eure Idee sagen würde und ich wünsche euch erst mal viel Spaß mit der Runde. Der Anfang war ein bisschen creepy aber dann let's go. Eine Ewigkeit später. Raus! Raus! Wohin? Ich komme. Das ist verkackt glaube ich. Ja wie soll ich jetzt auf sie? Geil. Ich habe sofort eine Tactical gefunden. Geil. Also was heißt Tactical? Schrotflinte. Freakin' Bam! Ein Kill! Ja! Das ist rein sieblich Holz. Mach sie beaucoup. Ich brauche Moon. AR. So. Ich will wieder den 1x1 Modus haben und gegen dich mal spielen alter. Achso. Wie viel AR Munition hast du? 72. Willst du was? Ja bitte. Also ich habe ich kann dir meine Hälfte geben ungefähr weil das war im Magazin halt schon was. So ja. Glas Hochpilze oder? Ah Bro! Guck mal ran hier mein Junge. Guck mal ran hier mein Junge. In meinem Gebäude sind welche? Unten drin? Äh nicht im Keller sondern unten. Habe ich welche gesehen? Ah! Ab ein! Seine Mail kommt da. Achtung der hat Gasgranate. Ach! Achtung Granate! Hat sich selbst falsch gemacht. Ne oder? Hey! Achtung Granate! Ja! Es ist gechillt. Toll. Hä? Hab ihn! Oh danke ey! Ich habe gar nichts gerafft. Junge ich habe echt wirklich krass gerafft. Noch einer? Los geht. So da kann ich auch mal einen Kill kriegen. Danke. Alter. Du willst du gerade noch? Ja ja. Guck mal hier ran. Du brauchst mal ein Korpswagen, dachte ich auch nur so brrrr. Brrr, 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 brrr. Ja mit Brille ne. Ja. Ich habe keine Brille an. Dann ziehst du auch aus. Krats. Ich mein ich bin nicht sofort blind wenn ich keine Brille habe. Ja, ich auch nicht, aber trotzdem. Wenn die Augen drinnen sind, dann scheiß ich alles. Auf, äh, Fake Tricks. LOL! Der war so knapp. LOL! Die connectet das nicht? Ja, oben hier sind auch noch welche bei NW da drauf. Ja, lass mal zu den. Ich hab einen. Ah, ja, Moin, der war alleine. Let's go. Bitte wird nicht rum, bitte shit. Wir sind verbunden, das ist gechillt. Ja, ja, ja. Hast du, äh... Ich sag nochmal die Pistols. Äh, hast du, wie heißt das, Muni hierfür? Für meine Shotgun. Shotgun, ja. Eben. Gib dir mal kurz hier elf auf den Ast. Danke. Oh, der ist da, wo wir waren. Das war's mir schon mal wieder komplett. Boys. Jo, der ist hier. Hat einen 77er. Der hat sich da verpiselt. Okay, was ist denn so? Der Renderbocker. Er ist ganz unten. I don't know where er hier ist. Jump. Er hat einen Launchpad. Sehen. Ja, ich kann... Ich mach... Ein Hit. Der Typ ist... Weiß gut. Ui. Ui. Fünf Kills. Hm? Ein Kill. Ja gut, ich hab auch ein paar... Äh, prepared. In jedem Fall. Hier sind noch Minis. Zwei. Hinter uns, kommst du, kommst du, kommst du, hinter uns, hinter uns. Ja, ich bin und I'm on the way. Up. Hey. Oh, jo. Ich bin zwei. Ja, warte. Ich bin... Ich bin... Ich bin sofort da. Einer ist genug. Hedda, Hedda, Hedda. Hedda, Hedda hab ich schon eingegeben. Finishing, finishing. Noch ein Hit, dem einen Typ. Oh. Oh, hab ihn. Die hat zerstört. Abstaubern, nein, Spaß. Ey, da kommen noch mehr. Wo? Hier, vor uns, es ist weh. Keine Snipe. Oh. Aim. Der eine ist gepusht. Bro. Der einfach gepusht? Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Hast du den einen dann bekommen? Ja. Oder? Hei, moin. Oder? Keine Ahnung. Ja, der ist tot. Ich glaube schon. Entweder hat er den kompletten Snipe bekommen. Ich glaube, ich habe ihn, oder? Ich glaube, das ist er sicher. Wie. Oh, fuck. Klar. Eins habe ich noch, aber ich glaube, das hebe ich auf. Ich habe keinen so gut. Ich habe nicht viele Metz. Fehlt mir ein 300, 300. Ne, es war 100, 300. Dann brauchen wir so 800 ungefähr. Gut, im Baufeind ist das schneller weg, als man gucken kann. Weswegen. Verbrauchen wir mal ganz schnell Full-Holz. Lieber, ne? Weser ist das. Ja. Achtung, unten rennen. Es war bei O, siehst du. Soll ich mir auf schießen, ja. Einer hat einen Hit, der der gebaut hat. Noch einen Hit bei dem einen. Einer ist neun. Noch nicht. I will try a no scope. Okay, I will don't try a no scope, weil er is playing LMG. Hab einen. Ah, schade, dass ich den Kill nicht bekommen habe. Oh mein Gott, als ob. Du hast jetzt acht, neun Kills. Oh. Wie viel hast du? Drei. Zwölf. Ey, da haben wir schon zwölf. Ja, schon alles. So. Ja gut. Ich will noch ein paar Meter hinter dir, aber das passt ja. Ja gut. Oh, das ist schon ein paar Meter. Ne, knapp. Ne, der ist nicht so. Ne, ist leer. Soll man auch runter jumpen? Runter oder wo? Ich guck noch, wo Gegner sind. Wo? Ähm, in O. Komm, hier den Bergkopf. Nein, ich bin tot. Fuck. Ich bin dein Meter grad runtergefallen. Oh. Das Bouncepit irgendwie nicht. Ich hab, ich hab ein Met-Kind für dich. Ja. Das war epic fail. Ich wär voll, das wären da Gegner gewesen, Alter. Ja, da kommen Gegner. Ja. 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 Ich hab ein leicht wenig Metz. So viel unten im Tal N.O. Ja, ich seh. Schuss? Freier? Naja, die gehen in den aus. Naja, die gehen in den aus. Naja, nicht nur nicht. Naja, die ist irgendwo ein Lootrop eben runtergegangen. Ich glaub, den haben die in der letzten. Ja. Glaub ich auch. Auch safe. Klass runter. Also in Bricks sind die. Ah, die sind jetzt, ne, die sind jetzt in der Mitte. Well, falsch an. Pavillon. Das heißt, ich hab ja, dass ich die Muni. Die haben den Fälschern, äh, höher gemacht, by the way. Ey, ich stell den Fortnite, ja. Trick. Deswegen muss man nochmal aufpassen. Hab einen. Oh mein Gott. Geil. Also lol, du schießt. Bro. Oh, schießt, schießt, schießt. Was hat meine Zimmer das Face? Immer weiter drauf, immer weiter drauf. Draus, 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 draus. Schieß, 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 schießt. Ich hab keine Muni. Also. Hab ihn. Nice, boy. Nice. Liegt noch ne Heavy? Kannst du dir ein, hab ich. Hallel. Alter. Was nenn ich Teamplay? Die letzten zwei, wo sind die? Ich glaub, die sind in den Plätzen drin. Glaub ich. Ich hab einen Schausplett. Das ist doch der Omega, ne? Kann sein. Und die, die eine. Ach, da bleiben wir hier. Auf geht's. Ich hab ein. Ich hab ein. Ich hab ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020